Applaus Victor Meier Nummer 10 Tor 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 Am liebsten wir, am liebsten wir, die Welt hier sein Wunderland, denn wir sind ein Wunderland, und wir sind ein Wunderland, wie die Welt das Leben lang, und wir haben das Leben, und wir brauchen die Wunderland! Und das ist schon ein Kollerball. Vierer Wechsel wird von WSV, dann schon an die 48, an den Torschützen zum 1-0, Marco Königs. Und jetzt noch im Spiel, also 42, Mike Osmer. Zwei Minuten gibt's, und jetzt geht's noch ein Freude, das auf dem Spiel von Inletz. Ja! Jawohl! 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 Jawohl!